Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Tarr, der neue Film mit Cate Blanchett. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo oder aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Es kann nicht losgehen ohne mich, denn ich starte die Uhr. Gut, meine linke Hand gestaltet, aber meine rechte Hand, die zweite Hand, gibt das Tempo vor. Lydia Tarr ist Dirigentin, weltberühmt und gefeiert und ist eben auch die Chefdirigentin bei den Berliner Philharmonikern. Und es geht jetzt darum, den fünften Teil von Gustav Mahler ins Programm zu nehmen und aufzuführen. Das stellt sich natürlich vor eine große Herausforderung. Auf der einen Seite musikalisch, aber auf der anderen Seite so nach und nach während des Films entwickelt sich das auch alles eher zu einem Liebesdrama hin, wo dann die Musik nicht mehr so ganz eine große Rolle spielt. Man muss sagen, die Grundidee ist nicht schlecht. Allerdings muss man sagen, dass es gefühlt hier so gar nicht um die Musik geht, sondern die meiste Zeit eigentlich nur um die persönlichen Dinge der Chefdirigentin. Und dazu dann auch noch teilweise ewig lange Gespräche rund um das Dirigentensein und wie man was interpretiert im Sinne von auch was Feminismus ist und sowas. Das wird teilweise in Gesprächen, die ersten halbe Stunde geht, glaube ich, mit drei Szenen dahin, wo einfach nur geredet wird. Dieser Film ist unglaublich träge erzählt mit Gesprächen, die belangloser teilweise nicht sein könnten und auch teilweise nichts an Emotionen hervorrufen, weil das teilweise alles so kalt und zurückhaltend erzählt ist. Dementsprechend ist es einfach über zweieinhalb Stunden nur zäh und man denkt sich so, was will dieser Film mir am Ende eigentlich erzählen? Weil die letzte Stunde geht es dann so gefühlt um dieses Liebesdrama und Vorwürfe und diese inneren Konflikte der Hauptfigur. Aber wirklich, was bei Rumt kommt irgendwie nicht. Deswegen, ey, storytechnisch leider gar nicht gut erzählt. 2 von 5 Punkten. Schauspielerisch, muss ich sagen, macht Cate Blanchett das eigentlich richtig gut. Außer dann, wenn sie vor dem Orchester steht und dirigiert. Dann ist sie am overacting. Also das wirkt einfach nur unauthentisch und seltsam, wie sie sich dort bewegt. Und man denkt sich so, okay, es ist vielleicht auch ein bisschen too much gewesen und da hat sie sich vielleicht zu viel reingesteigert. Weil sonst der Rest vom Schauspieler, auch von den anderen Darstellern, auch einige Bekannte, wie zum Beispiel die deutsche Nina Hoss mit dabei. Insgesamt der Cast. Deswegen in Ordnung, aber nicht überragend toll. 3 von 5 Punkten. Technisch kommt der Film mehr oder weniger langweilig daher. Im Sinne von, die Bilder machen wir nicht besonders. Er ist solide produziert. Man muss auch die musikalische Richtung echt sagen, da sind viele echte Musiker wahrscheinlich dabei. Und das sind nicht alles Schauspieler. Und die müssen dafür auch alle engagiert werden. Also dementsprechend, das ist vom Budget her auch aufwendig umgesetzt worden. Wobei man sich fragt, wo 35 Millionen an Budget geblieben sind. Denn das kann eigentlich nur für Schauspieler-Gagen draufgegangen sein, weil der Rest des Films ist eher unaufregend. Und da bei diesen 35 Millionen, muss man auch sagen, sind über 5 Millionen deutsche Förderung mit dabei. Klar, der wurde viel in Deutschland gedreht. Aber ich verstehe einfach nicht, warum so ein Film, der mit Deutschland eigentlich sehr, sehr wenig verbindet, überhaupt so eine große Förderung bekommen muss. Dementsprechend technisch mittelmäßig okay umgesetzt. Das ist solide, aber nichts Besonderes. 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, ich war von TAR extrem enttäuscht, auch wenn ich nicht viel erwartet habe. Ich dachte mir, vielleicht wird das vom Schauspiel her ein bisschen was Besonderes, weil ja auch Cate Blanchett einige Nominierungen bekommen hat. Aber am Ende ist das leider wirklich kein guter Film geworden. Weder musikalisch noch auf der Dramaseite. Immer wenn es ans Musikalische geht und es gespielt wird, wird es teilweise sofort wieder abgebrochen, weil es halt in irgendeiner Probe ist und ihr das wieder mal so gar nicht gefällt, der Chefdirigentin. Und die das dann wieder abbricht und sagt, es muss wieder anders sein. Deswegen, es ist so ein ganz komisches Hin und Her, das einfach nicht funktioniert, weil sie nicht wissen, was sie eigentlich erzählen wollen. Und der Film guten Ansatz hat, aber den katastrophal umgesetzt. Hat deswegen nur 2 von 5 Punkten von der Empfehlung her. Wenn überhaupt, nur zu Hause und dementsprechend insgesamt dann auch nur eine mittelmäßige Wertung von 10 von 20 Punkten. Kein guter Film geworden. Da sind so viele Ambitionen reingeflossen, dass man am Ende sich gefühlt komplett verrannt hat. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao. Bis zum nächsten Mal.